Mega Rentensensation bahnt sich für 2023 an. Die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten sollen ersatzlos wegfallen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Also eine Nachricht nach der anderen treibt sich durch den Dschungel des Rentenrechts. Am 22. August 2022 haben wir ein Video veröffentlicht und haben mitgeteilt, dass aufgrund eines vorgelegten Referentenentwurfs aus dem Hause des Bundesministers für Arbeit und Soziales Hubertus Heil die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten entfristet werden sollen. Und zwar wird die aktuell geltende Hinzuverdienstgrenze für das Jahr 2022 auch im Jahr 2023 weiter gelten. Und sie sollte sogar noch dynamisiert werden. Und jetzt kommt die sensationelle Nachricht auch wieder aus dem Hause von Herrn Hubertus Heil, unserem Minister für Arbeit und Soziales. Er will die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten ab 2023 ersatzlos streichen. Das bedeutet, dass alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner oder Zugangsrentner ab nächstem Jahr, die eine vorgezogene Altersrente haben, also Altersrente für Langjährigversicherte, Altersrente für schwerbehinderte Menschen und die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, kann nicht mehr befürchten müssen, dass Hinzuverdienst an die Rente angerechnet wird. Da wird dann nichts mehr angerechnet. Das heißt, sie können monatlich so viel verdienen, wie sie wollen. Das ist eine super Nachricht. Das bedeutet nämlich zum einen für sie eine totale Erleichterung und auch für die deutsche Rentenversicherung, weil die deutsche Rentenversicherung nämlich dann sich nicht mehr mit dem Thema Hinzuverdienst, Teilrente und so weiter und Entgeltpunkte, möglicherweise aufgespaltene Entgeltpunkte und so weiter hier herumschlagen muss und auch das Rentenantragsverfahren wird dann etwas einfacher. Was auch noch kommen wird, da haben wir auch schon dazu berichtet, ist, dass die Hinzuverdienstgrenzen für Erwerbsminderungsrenten ab 2023 deutlich steigen werden. Ich finde eine super Nachricht und das ist etwas, was wirklich eine Erleichterung, auch eine Reform ist, dass jetzt vorgezogene Altersrentner wirklich dazu verdienen können, wie viel sie wollen. Das finde ich großartig. Mehr zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.